Die Verordnungen sind wie folgendes. ... um die Sigvall-Linie zu durchbrechen. Es wird nicht leicht, dort sind Bunker entlang der Verteidigungslinie. Die feindlichen Truppen konzentrieren sich davor, ein Frontangriff ist also schwierig. Sie zu umgehen ist womöglich sicherer, aber jeder Weg wird gefährlich sein. Nutze Gelände und Panzerwracks als Deckung. Noch etwas. Feindliche Verstärkung ist auf dem Weg an die Front, also Beeilung. Okay, wir können ganz schön viel positionieren. Dan ist schon auf dem Schlachtfeld, das ist gut. Also ob wir ehrlich gesagt Aufklärer brauchen hier in dieser Mission, weiß ich nicht. Schrauben und Panzer! Ich würde mich eigentlich gern lieber auf Feuerkraft konzentrieren, ehrlich gesagt. Wir müssen sie aufbauen! Okay, hier geht's! Kai sowieso. Ich habe das. Bereit und wartet. Mein Turnier! Okay. 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 Ich glaube das sieht gut aus. Los geht's! Das ist alles. Jetzt schrauben die Schrauben! Ja! Die Mauer muss weg! Wenn wir die Schrauben brechen wollen, müssen wir eine Öffnung machen. Squad E! Geh raus! Das ist verrückt! Es gibt alle Schrauben, wo du siehst! Schau mal, wie viele Tanker und Pilleboxe sie haben! Wie können wir das durchbauen? Tutorial Bunker! Bunker können nicht bewegt werden! Ach was! Aber sie verfügen über gute Defensivfähigkeiten und mächtiges Abwehrfeuer. Bunker können durch die Öffnung vorne oder den Eingang hinten angegriffen werden. Oft sind Ragnikgeneratoren in der Nähe, also solltest du auf die ziehen. Manche Bunker wurden hastig gebaut und haben nur eine Lahne statt einer Decke. Grenadiere können Bunker ohne Dach per Angriff von oben ausschalten. Okidaukey! Schützenpanzer können Fußsoldaten einladen und über das Schlachtfeld transportieren. Infanterie in einem Schützenpanzer ist immun gegen Abwehrfeuer. Einheiten können entweder im Aktions- oder Kommandomodus in Schützenpanzer geladen werden. Bewege einen Fußsoldat im Aktionsmodus zum Schützenpanzer und benutze A und sobald Einsteigen erscheint. Oder du ziehst den Schützenpanzer neben dem Fußsoldat, zeigst auf ihn und folgst der Anweisung mit ihm ihn mitzunehmen. Genau das habe ich mich gefragt, wie rum das funktioniert. Und es funktioniert also auf beiden Wegen. Wähle im Kommandomodus einen Fußsoldat neben einem Schützenpanzer aus, nutze X und wähle Einsteigen aus. Lade eine Einheit aus einem Schützenpanzer aus, indem du X benutzt und Einsatz auswählst. Vergiss nicht, dass Schützenpanzer nicht so gut gepanzert sind wie andere Panzer. Wird ein Schützenpanzer zerstört, der mit Einheiten beladen ist, werden alle Einheiten zum Rückzug gezwungen. Also achte auf seine LP. Seine Love Points, heißt das bestimmt. Okay. Yo. Schauen wir mal, was wir hier machen. Ja, das ist schon ganz gut verteidigt hier alles. Das wird crazy. Alden. Oh, guck mal, da ist ganz viel Fake-Schuss in der Luft. Wir können nicht auf jeden Fall warten. Ich hoffe, das ist wirklich Fake und tut uns nichts. Bullseye. Perfektion. Nice. Keep up the good work. Begriff. Einen Schuss zu finden, was wir hier haben. Oh, genau. Und das, was wir hier haben. Oh, das da zu erobern wär schon mal gut. Darüber fahren könnten wir auch. Da ist, eh gut. Gettling-Geschütze dürften ja unserem Schützenpanzer jetzt auch nichts tun können, oder? Improvisierter Bunker. Das haben wir doch gerade gelernt. Oh, zwei Schuss bis zum Tod. Auch bei den Gatlings. Das mag ich nicht. Das finde ich doof. Und dann trifft er nicht mal. Ich mag dich nicht mehr. Du bist doof. Ein Scharfschütze. Oh, Scharfschütze sind gefährlich. Hat sie jetzt gegen den Panzer geschossen? Vielen Dank Hitboxen. Vielen Dank Hitboxen. Ihr seid mir echt eine große Hilfe. Ach, come on. Ohne Witz jetzt. Habt ihr das gesehen? Das war einfach nur gemein. Da war ganz klar freies Sichtfeld für mich. Ah, das finde ich jetzt echt schwach von dem Spiel. Ohne Witz jetzt. Das hat nicht viel geklärt. Das Ziel ist verletzt! Oh, einsteigen geht nicht mehr. Da passen nur zwei Leute rein. Was für ein schlechter Truppentransporter. Der ist wirklich winzig, aber gut. Okay. Ah ja, ein GV kann ihm ein bisschen was anhaben, aber zum Glück nicht viel. Oh, wow, der tut ihm überhaupt nichts. Hat der noch andere Waffen? Ne, der hat nur das da. Ah, ein bisschen enttäuschend. Wow, da war gerade eine Explosion. Was habe ich denn für Befehle eigentlich gleich nochmal? Habe ich andere Befehle außer Sanitäter? Na gut, na gut, na gut, na gut. Hafenzeit. Hä, was ist los? Oh, warte mal, was? Sie können auf uns schießen, während wir uns bewegen. Schnellfeuer an die Panzerkanone. Panzerabwehrkanonen feuern schnell panzerbrechende Munition ab. Diese Einheit ist stationär, können aber Abwehrfeuer gegen Panzer einsetzen. Sie können kein Abwehrfeuer gegen Infanterie einsetzen. Also erledigen sie sie mit der Lancer oder Stoßtruppen. Ah, shit. Das ist nicht nice. Ich wollte ja nur den Panzer zerstören. Das schaffen wir auch für hier. Ja, dann bleiben wir hier stehen. Parken wir hier halt ein bisschen. Okay, gehen raus. Schon okay. Bleib ruhig und geh auf. Feuer! Nice. Echt ganz schön gemein. Mehr können wir momentan eh nicht angreifen. Ach, das gibt's doch nicht. Die, die nerven mich heute, meine, meine Lancer. Äh, Lancer sag ich schon. Meine Grenadiere. Was machen die denn bitte? Die machen irgendwie Bullshit. Machen die. Sehr gut. Noch ein paar... Aktionspunkte, den Gegnern wegnehmen, ist ne gute Idee. Die Offiziere ausschalten. Raz. Raz steht halt hier leider so auf dem offenen Feld. Der ist zwar hinter nem Panzer, aber... Ne, ist schon ziemlich viel Party bei dem in der Nähe. Aber der kann jetzt auch nicht wirklich auf irgendwas schießen sinnvoll, oder? Ne, ganz, ganz im Gegenteil. Ich wollte ihn nur ein bisschen in Deckung bringen. Leider sinnloserweise. Aber, okay. Steht halt ein bisschen blöd. Geht! Oh. Lassen wir mal den Gegner. Oh, der hat gar nicht so viele Aktionspunkte. Zwei haben wir ihm halt doch schon genommen. Hey, verdammt noch mal! Mein... Mein Schniper in Deckung. Ich dachte noch gut, dass ich Raz hingestellt hab. Der verteidigt den jetzt. Aber... Einen Scheiß verteidigt der. Nicht nett. Dankeschön, Haven. Autsch. Der gute Aladin, ey. Was für ne Gemeinheit. Ich hab das! Schau auf den Counterattacken! Komm schon! Sie sind gut. Medik! Sie sind hier! Ich lasse nicht, dass du sterben. Okay. Okay. Hat sie doch gerade gesagt, ihr Zress. So weit, so gut. So, was von euch. Ich hätte gern, dass die Panzerabwürkerschütze andere Symbole haben, wie die Gatlings und die Bunker. Das wär gut. Aber naja. Da ist eine Panzerbüchse. Da ist nur ein Panzerabwürkerschütz. Dann könnte Hafen vorrücken und ordentlich Party machen. Dann könnten wir relativ easy den Punkt hier erobern. Okay. Hey, ähm... Ähm... Na, gerade nicht. Okay, dann gehen wir noch einen kleinen Schritt nach vorne. Ich dachte, das reicht. Genau. Zwei Schüsse bis zum Tod. Na, wenigstens... Triff wenigstens heute bitte mal. Na, also. Aber das war kein... Nee, das stimmt nicht mit zwei Schüsse bis zum Tod. Zwei Treffer. Leider. Da wird noch ein dritter nötig sein, befürchtet. Der war gut. Der erste war ein bisschen daneben. Der erste war ein Volltreffer. Äh, der zweite. Ja. Äh... Hä, die treffen nicht in diese Bunker. Irgendwie funktioniert das leider nicht. Ich hab mir gedacht, ich versuch's jetzt nochmal und lenkt selber manuell ein bisschen mit. Aber irgendwie... Funktioniert das nicht. Oh, hey. Extra Munition. Schön. Dann ist das hier also nicht der letzte Schuss. Komm schon. Target. Okay, dann brauchen wir kurz unseren Ingenieur. Wo ist der Tank? Wo ist der Tank? Okay, die sind das Anti-Panzer oder Anti-Personen? Oh, da steht noch ein Panzer. Da müssen wir aufpassen. Ja, aber jetzt, wo die Anti-Tank-Kanone weg ist, kann halt Hafen hier im Grunde alles alleine machen. Panzer sind halt einfach echt mächtig. Kuppling! 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 Okay! Kuppling! Uh oh! Uh oh! Das ist schlecht, oder? So, ich hoffe, der kann das überleben. Der steht jetzt schon ein bisschen sehr gefährlich, aber naja. Der will es aber echt wissen, ey. Da kommt Riley gerade gefährlich nahe, der Kerl. Aber ich glaube, jetzt wurde er getroffen, oder? Na, immerhin. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das Blöde ist, ich trau mich nicht, die da oben auszuladen, so nah an dem MG. Aber ich hab nen Plan. Aber Leute, für heute ist leider schon wieder Schluss. Morgen geht's genau hier weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao.